Hallo, wir laden Sie recht herzlich ein, kurz vor Ostern, am grünen Donnerstag, zu uns in die Prignitz zu kommen, zu unserem Pferdeverkaufstag. Und sichern Sie sich Ihr maßgeschneidertes Pferd. Es stehen talentierte, freispringgetestete Jungpferde, entwicklungsfähige, teilweise bereits platzierte Youngster, typvolle leicht rittige Hunter, sowie ausgebildete, gereifte und hoch platzierte Turnierpferde für Sie zum Verkauf bereit. Untertitelung des ZDF, 2020